Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zuerst arbeite ich mit der Friso zusammen, das ist mal der Hauptgrund und diese Aktion hat den Hintergrund, dass man sieht, wie einfach eigentlich eine Hausmaßstation zu montieren ist. Also nicht alles selber zusammenschrauben, sondern der größte Teil ist fix fertig, wie man erkennen kann und das wollen wir damit eigentlich darstellen. In einer knappen Minute kriegt man die montiert, natürlich dauert es ein bisschen länger in echt, aber es geht schnell. Wir haben jetzt andere Handschuhe genommen. Nein, wie kommt es dazu? Es war jetzt das sechste Mal, dass ich das mache, da wird es immer besser dann. Ja, ja, geübt, genau.